Leute, in Season 20 könnte es endlich so weit sein, dass das Perk-System implementiert wird. Und in Season 19, da muss ich jetzt sagen, Asche auf mein Haupt, mir ist es nicht aufgefallen, dass es getestet wurde, weil, also ich habe es aus verschiedenen Richtungen so flüchtig gehört, Mensch, warum kann ich denn auf einmal zwei Granaten in einem Inventarslot stacken? Und das habe ich beiläufig gehört und dachte, ja, irgendwas Event-lastiges, weiß der Geier, weil ich habe mich mit dem Uprising-Event nicht beschäftigt, weil das auf dem Blatt Papier ein verdammt geiles Event war, wo ich auch gesagt habe, boah, das ist geil, aber in der Realität war es absoluter Schrott. Und nein, ich will nicht schon wieder haten, aber ich fand es einfach eine Katastrophe, das Event. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich habe das, glaube ich, drei, vier Runden gespielt. Und danach habe ich gesagt, jetzt reicht es. Ich habe keinen Bock mehr, ständig in dieser nervigen Revenant-Army zu spielen. Und jedes Mal, wenn ich verreckt bin, da habe ich einfach leider gequittet. Nicht Thema des Videos, aber das war wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Das Event, der Modus war einfach langweilig. Und genau deswegen habe ich es nicht gemerkt, dass dort, insgeheim kann man nicht sagen, aber wer sich genau damit beschäftigt hat, hat es gemerkt, das PIRC-System wurde dort getestet und geht davon aus, dass es ein Spieltest für die vollwertige Implementierung ins Spiel sein wird. Und ob wir jetzt davon ausgehen sollten, dass wenn das System kommt, ob das nur für Public Games ist oder beziehungsweise in Ranked geschlossen ist. Für das Event war es so, dass es geschlossen ist, weil es war nun mal ein Event-lastiges System. Wobei ich aber die PIRCs nicht so dramatisch finde, dass ich sage, kann man eigentlich auch in Ranked drin lassen, weil es sind nicht die PIRCs, die wir aus der mobilen Version kennen. Weil da gibt es eine Menge PIRCs, die sehr, sehr heftig waren, wo ich sage, ich würde es trotzdem geil finden. Aber ich verstehe jeden, der sagt, bitte nicht in Ranked, obwohl ich es in Ranked cool finden würde, weil es einfach so viele andere Möglichkeiten bietet, weil du das gegnerische Squad nicht einschätzen kannst. Umgedreht genauso wie zum Beispiel die Lifeline-Drohne, die du aktivierst, dann rennst du weg und die verfolgt dich. Dann kannst du halt weiter fighten, kannst du irgendwie um die Ecke gucken kannst oder kannst du mit in den Gunfight reinheizen, während dich die Drohne weiter heilt und du dich bewegen kannst. Solche PIRCs werden es wohl nicht werden, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es mehr über Zeit werden, vielleicht auch exklusiv für die Legenden. Die PIRCs, von denen ich jetzt aber spreche, die konnten alle Legenden irgendwie wählen, wie genau es funktioniert hat. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich blende es euch einfach mal ein. Für mich ist das nicht das Nonplusultra an PIRCs, wie ich es mir wünschen würde. Deswegen ist es okay. Nicht mehr, nicht weniger. Es war wohl so, dass du, ich glaube über den Tracker, verurteilt mich jetzt nicht, wenn ich nicht weiß, wie es genau ablief, aber es war so, dass du in der ersten Woche bestimmte PIRCs freischalten konntest. Und da hast du zum Beispiel den Perk gehabt, Grenadier Vision. Du konntest Granaten, alles was du mit Granaten zu tun hat, konntest du durch Wände sehen. Das zweite ist, dass du Granaten stacken konntest. Zwei Granaten auf einem Slot, so wie das zum Beispiel Fuse sowieso kann. Und in der zweiten Woche konntest du Heil-Items stacken oder eben durch Wände sehen und so weiter und so fort. Und so ging das immer weiter. Oder musstest irgendwelche Aktionen machen, dass deine Taktische sofort aufgeladen wurde. Deine Ultimative, was da genau. Ich glaube, da war ein Finisher mit drin. Oder wenn einer aus deinem Squad verreckt ist. Ich habe keine Ahnung genau, wie es funktioniert. Ich bin doch ganz ehrlich, es hat mich zu dem Zeitpunkt nicht interessiert, weil ich es einfach ein enttäuschendes Event fand und dann einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Wäre ein cooler Start. Ich würde es nicht schlecht finden. Aber ich bin ganz ehrlich, irgendwie flasht mich das System, wenn es so bleibt und sich nichts daran ändert. Finde ich es mega langweilig. Ich hoffe tatsächlich auf ein Perk-System, was Legenden-exklusive Sachen sind. Vielleicht das zusätzlich, dass man sagt, komm, zwei Granaten stapeln. Keine Frage, das ist sehr effektiv. Und das wäre, glaube ich, ich weiß gar nicht. Wenn jemand das Event ausgiebig gezockt hat und hat Fuse gespielt, schreibt mal bitte in die Kommentare, konnte ich mit Fuse und diesem Perk statt zwei, drei oder sogar vier Granaten übereinander stapeln in einem Slot. Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen, mit exklusiven Legenden-Perks und dieser Mischung wäre das geil. Zum Beispiel, also auch die Heil-Items stacken, mehr stacken übereinander, wie der goldene Rucksack zum Beispiel. Es ist nicht schlecht, aber ich sage mir, könnte krasser sein. Aber vielleicht wünsche ich mir da einfach zu viel Veränderung, weil ich die mobile Version, da bin ich ganz ehrlich, ich weiß, viele von euch haben die nicht gezockt. Ich habe die mobile Version gefeiert, weil ich die Perks unwahrscheinlich genial fand. Weil du halt aus verschiedenen Faden dir Perks freischalten konntest und drei gleichzeitig immer aktiv waren, wenn du dann alle freigeschaltet hast. Und da waren echt eine Menge geiler Sachen dabei. Und das würde ich mir für das Spiel wünschen, weil das bringt einfach einen verdammt frischen Wind. Ich weiß, es gibt viele draußen von euch, die sagen, nee, bitte nicht. Legenden-exklusiv, so krasse Perks wie in der mobilen Version, da bin ich dann auch bei jedem, der sagt, bitte nicht in Ranked. Da bin ich völlig dabei, das wäre auch völlig okay. Aber das hier, das ist nicht so heftig, dass ich sage, komm, das kann man in Ranked auch mit reinbringen. Gerüchte sagen, in Season 20 ist es soweit, wird es kommen. In Season 19 wurde es getestet, ohne dass ich es gerafft habe. Schreibt in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich finde es auf jeden Fall den richtigen Schritt in die richtige Richtung. Es wird mehr, es wird weiter, es wird größer, es wird breiter. Schaut die letzten Videos, ihr werdet merken, Season 20, Wenn alles so kommt, wie ich es in den letzten drei, vier Videos gesagt habe, dann wird Season 20 riesig neue Battle Royale Map, neue Waffe, neue Legende, Perksystem. Vielleicht sogar zwei oder ein neues Survival Item, vielleicht sogar ein zweiter Survival Slot. Weißt du, Geier, was es könnte? Echt eine richtig, richtig fette Season auf dem Blatt Papier sein. Deswegen sage ich auf dem, ich sage bewusst auf dem Blatt Papier, würde das alles richtig geil klingen. Die Frage ist, wie setzt Respawn um? Das ist das, was ich jetzt zum Anfang zu dem Uprising Event gesagt habe. Auf dem Blatt Papier habe ich das absolut gefeiert, das Event, aber in der Realität war es einfach Müll. Muss ich einfach mal so sagen. Gerne auch in die Kommentare, wie ihr das Event fandet. Das war es von mir. Vergesst nicht, die letzten Videos werde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.